Ja, Freunde, heute wirklich ernstes Thema. Kein Spaß, keine Faxen, kein Moinsenmeister, Meisterin etc. pp. Wir haben einen ganz ekelhaften Fall, okay? Wie fange ich das jetzt alles an? Ich weiß nicht, es ist ganz nix geskriptet, ganz spontan jetzt, okay? Weil es gerade passiert ist. Ich habe schon auf Instagram völlig eskaliert. Es ist folgendes passiert. Also, ich fange mal so an. Ihr kriegt das alle mit, dass sowohl bei YouTube als auch bei Instagram von, nicht nur von mir, von allen Krypto-Influencern, diese komischen Fake-Accounts in diesem Universum rumschweben. Unter jedem Video kriegt ihr das mit oder kriegen wir das mit. Ich bin die ganze Zeit dran, irgendwelche Fake-Kommentare zu löschen von Fake-Krypto-Gang-Profilen. Da ist dann meistens so eine Nummer drin und dann hier, schreibt mir eine Nachricht und bla bla bla. Da ist ja ganz klar. Also, manche finden das sogar lustig, weil die da so dämliches Google-Übersetzer-Deutsch machen etc. Und man checkt, man meint, die einschlägige Meinung, man meint zu merken, dass das Scam ist und Fake ist etc. Und wie gesagt, diese Accounts, die wollen immer irgendeine Aktion ausführen, damit von euch oder so der Plan von euch die Reaktion folgt oder dazu führt, dass ihr euch mit denen in Verbindung setzt. Und dann läuft das meistens so, dass ihr dann irgendwie in so einen Telegram-Chat oder manchmal teilweise auch in so einen WhatsApp-Chat reinkommt, wo ihr dann scheinbar mit Krypto-Gang, mit Robin HD, mit Monetendave, mit welchem Krypto-Influencer XY auch immer in Kontakt tretet und miteinander schreibt. Ich habe mich selber mal teils mit diesen Personen in Verbindung gesetzt und dann da mal, weil ich mal wissen wollte, was passiert denn dann eigentlich, wenn ich jetzt auf so einen Kommentar eingehe und nicht mal bei der Nummer, die, die dann da immer reinposten, wenn ich mich da melde und dann landest du, wie gesagt, in so einem Chat und dann schreibt da Krypto-Gang, schreibt dann da mit dir in einem ganz, ganz hässlichen, gebrochenen Google-Übersetzer-Deutsch. Und eigentlich sollte man meinen, erkennbar, das ist natürlich nicht Marcel, Marcel wird ja so nicht schreiben, okay? Ja, dann ist es schon damals in der Vergangenheit mal wirklich vereinzelt, hier und da, in nicht großen Größenordnungen, klar ärgerlich, aber immer mal wieder vorgekommen, dass es teils ältere Zuschauer aus unserer Community gibt, die darauf eingegangen sind, warum auch immer die Beweggründe, wie das dazu kommt, dass man diesen Scam an Glauben schenkt, dass sie Marcel oder Dave oder Robin oder Jay sind, dass man darauf reinfällt, ich weiß nicht, wie es dazu kommt, okay? Und dann sagen viele, wenn ich das dann auf Instagram publik mache, sagen dann viele, ja, selber schuld, muss man ja nicht drauf reinfallen, etc. Ja gut, das ändert ja nichts daran, dass es Personen gibt, die darauf reinfallen und dann der Tee halt serviert ist. Was soll ich euch sagen? Wie gesagt, ich komme zum Kontext, ist in der Vergangenheit schon mehrfach tatsächlich vorgekommen, dass sich Leute bei mir gemeldet haben und gesagt haben, ja, Marcel, aber du hast mir doch da geschrieben und ich habe dir doch da irgendwie 500 Euro überwiesen und hier und da, wo ist denn jetzt mein Geld? Mich dafür verantwortlich machen und ich dann, ja, erkläre und sage, ja, Brudi, also du bist da scheinbar auf den Scan reingefallen, aber was soll ich denn jetzt machen? Ich habe es denn, ich kann dir, waren Leute, die wollten Geld von mir zurückhaben. Den Fall hatten wir einmal zum Beispiel Robin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es leaken darf. Robin, Brudi, wenn du das siehst und ich da etwas leake, was du nicht wolltest, es tut mir leid, aber ich finde es ein ernstes Thema, deswegen nehme ich das als Präferenzbeispiel. Robin wurde im privaten Rahmen schon bedroht, weil da ist aus Robins Community jemand auf sowas reingefallen. Ich glaube, da ging es um 10.000 Euro oder halt umgerechnet in Bitcoin und hat dann Morddrohungen und sowas bekommen, weil die Person wollte dann von Robin das Geld zurückhaben, weil er irgendwie am Ende nicht verstanden hat, dass es natürlich nicht Robin war, sondern jemand, der sich als Robin ausgegeben hat in einem gebrochenen Deutsch, okay? Wollte aber das Geld von Robin zurückhaben, funktioniert natürlich so nicht. Und so ähnlich war das bei mir auch schon, nur dass ich bislang noch nicht bedroht wurde und das waren aber immer so kleine Größenordnungen. Größenordnungen. Ist scheiße, ist schlimm, aber ist passiert, was willst du machen? Immer wieder haben wir hier und da mal drauf hingewiesen, Leute, da sind diese Fake-Accounts unterwegs, auch auf Instagram. Auf Instagram ist ganz eklig, weil, ihr müsst euch vorstellen, auf Instagram sind die richtig perfide. Hier auf YouTube, ja, machen die halt so einen Kommentar und dann steht da so, Kryptogang, was weiß ich, und dann steht da so, hier, schreibe Nachricht an diese Nummer und dann ist da immer so eine Nummer. Ihr werdet es hier unter dem Video auch sehen. Die sind ja so blöd, die gucken sich die Videos nicht mehr an, die sind einfach Bots und NPCs und knallen einfach die Kommentare da rein. Aber das war's dann. Da ist eigentlich leicht zu erkennen, dass es ein Scam ist. Und ich kann ja auch im Nachhinein, auch wenn es nervig ist, kann ich ja hingehen und diese Kommentare manuell löschen, okay? Die machen sich zwar immer wieder einen neuen Account etc., aber ich kann das immer wieder auf YouTube löschen. Auf Instagram geht das nicht. Wenn ihr da scheinbar von einem Kryptogang angeschrieben wird, dann machen die das richtig perfide und die kopieren mein Profil eins zu eins, kaufen sich 14.000 Follower oder so, das ist nicht teuer, das kostet ein Fuffi, keine Ahnung. Und dann schreiben die nach und nach die Leute aus meiner Followerliste an und geben sich als Kryptogang, als Marcel aus, okay? Ich würde behaupten, 98% fallen darauf nicht rein. Ich kriege täglich diese Nachrichten, wo Leute mir Screenshots schicken und sagen, Marcel, guck mal, hier ist schon wieder einer. Ich hab den gemeldet. Danke, alles klar, Sache ist erledigt. So dachte ich zumindest. Jetzt ist gestern wirklich die Scheiße über uns hereingebrochen. Jay rief mich auf einmal an. Ihr wisst ja, Jay ist auch ein Privater, ist einer meiner besten Freunde, auch privat. Jay rief mich an und sagte, Marcel, jetzt ist die Kacke wirklich am Dampfen. Ich habe gerade mit einem Menschen telefoniert, der wirklich, wirklich am Ende ist. Denn es ist ganz groß Kacke passiert. Da ist jemand im Doppelpack auf einen Identitätsklau von meiner Person und von Jays Person hereingefallen. Also irgendjemand hat über Instagram in Jays Namen und gleichzeitig in meinem Namen eine Person aus unserer Community, der uns beiden folgt, angeschrieben und behauptet, ja, ich bin Jay und ja, ich bin Marcel, ich bin Kryptogang. Dann sind die so irgendwie ins Gespräch gekommen und dann hieß es am Ende, wir, also Marcel und Jay, wir investieren dein Geld für dich und brauchst du dir überhaupt gar keine Sorgen machen und hier und da überweist uns jetzt einfach mal die und die Summe. Ja, und wie gesagt, so getan. Die Person hat 270.000 Euro überwiesen in Bitcoin. Und das ist kein Scherz, das ist keine ausgedachte Geschichte, das ist wirklich passiert. Jay hat mit der Person gestern telefoniert. Die Person, ich liege das jetzt einfach mal, ich sage jetzt nicht, wer es ist und so, ist ja klar, möchte ich nicht, aber die Person war beim Einkaufen, als Jay angerufen hat, stand, ich glaube, beim Lidl war es an der Kasse und hat im Lidl, wo Jay am Telefon war, einen Nervenzusammenbruch bekommen und es sind Tränen ausgebrochen. Ganze Lebenswerk ist hinüber. Ganze ersparte Geld, was er sich sein Leben lang erspart hat, ist weg. Wir reden hier wirklich von mehr als einer Viertelmillionen Euro. Ich weiß, für viele klingt das super absurd und surreal und das klingt wie ein Film und wie eine ausgedachte Story. Das ist wirklich passiert. Und im Nachhinein, und ich bin wirklich betroffen, im Nachhinein ist das Schlimmste daran, dass wir nicht helfen können. Es geht nicht. Natürlich wendet sich die Person dann an Jay und sagt, bitte Jay, bitte Marcel, helft mir irgendwie. Das ist doch in eurem Namen passiert. Ja, richtig, es ist in unserem Namen passiert, aber ich fühle mich super machtlos, weil was soll ich machen? Diese Leute, wir reden hier natürlich definitiv von organisierten Banden oder Bandenverbrechen, Darknet, was weiß ich alles. Die Leute operieren irgendwo aus Rumänien und sind VPN verschlüsselt und warten im Prinzip darauf, nur einmal den dicken Coop zu landen, den dicken Fisch zu landen. Und den haben sie jetzt gestern erwischt mit 270.000 Euro, die die Jungs sich da aus Rumänien eingesteckt haben. Und jetzt ist das Geld weg und jetzt bist du natürlich machtlos und fühlst dich sehr ohnmächtig in meiner Position, weil ich das unfassbar finde, dass so etwas passieren kann, dass so etwas geht, dass niemand was dagegen unternehmen kann. Und auch beispielsweise Instanzen wie Instagram das wissentlich nicht aufhalten. Denn viele schreiben dann immer, ja, ihr müsst unbedingt den blauen Haken beantragen, dass man sieht, wer die Faker sind und wer die Echten sind. Ja, das versuche ich ungefähr seitdem es Kryptogang gibt, versuche ich den blauen Haken zu beantragen. Und das ist mittlerweile in Summe elfmal passiert und elfmal wurde dieser Antrag abgelehnt mit der Begründung von Instagram. Und jetzt Obacht, ihr seid keine Person des öffentlichen Lebens, wir sehen keine Relevanz in eurer Person, medienwirksam und deswegen gibt es den blauen Haken nicht. Ja, und jetzt artet die Scheiße so ein bisschen aus, weil meine Frage ist an der Stelle, jetzt hat eine Person, und Gott behüte, ich möchte nur ein repräsentatives Beispiel jetzt nennen, nehmen wir mal eine andere Person, die jetzt vielleicht auch eine Summe in der Größenordnung verliert, sieht damit sein Lebenswerk beendet und ich mag es nicht aussprechen. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, ich spreche es jetzt auch nicht aus, aber geht mal vom Schlimmsten aus, beispielsweise, ja. Da sehe ich irgendwo eine Teilschuld von Instagram, bin ich ehrlich, das soll jetzt hier kein Shitstorm gegen Instagram auslösen, aber ich habe mich mehrmals mit Instagram in Verbindung gesetzt und gefragt, Leute, was muss denn passieren, bis ich den blauen Haken bekomme, weil das mache ich ja nicht aus Spaß und so, das hier passiert wirklich ganz, ganz üble Scheiße in unserem Namen und deswegen möchte ich den blauen Haken, um Menschen zu schützen. Nein, Instagram sieht das nicht ein und somit sind wir auf uns alleine gestellt. Instagram unternimmt auch nichts gegen die Fake-Accounts, die immer wieder erstellt werden, die immer wieder von euch und von uns gemeldet werden. Die werden einfach rigoros nicht gelöscht. Instagram ignoriert das, ja, bis dann irgendwann vielleicht im schlimmsten Fall, wie gesagt, nochmal toi, 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 klopf auf Holz, dass es nicht passiert, aber eventuell mal der Worst Case eintritt und dann, ja, dann ist, weiß ich nicht, was wir dann machen, aber dann müssen wir auf jeden Fall weitersehen und dann wirklich härtere Geschütze auffahren. Nur, solange das nicht der Fall ist, sind uns die Hände gebunden und mein Appell ist an der Stelle, dass ich jetzt mal, weil wir haben es ganz oft gesagt, ganz oft erwähne ich das in Insta-Stories, Leute, fallt bitte nicht auf Scams rein, ganz oft in YouTube-Videos erwähnt, Leute, fallt bitte nicht auf Scams rein und es passiert immer wieder und jetzt halt in einer Größenordnung, die dann an einem gewissen Punkt auch nicht mehr, nicht mehr tragbar ist und die möchte ich, diese Größenordnung möchte ich auch gar nicht akzeptieren. Ich werde und möchte niemals akzeptieren, dass so etwas passiert in unserem Namen und dass es Menschen gibt, die darüber hinaus Schaden nehmen. Das werde ich einfach nicht tolerieren und akzeptieren. Da uns rechtlich die Hände gebunden sind, musst du dich fragen, was machst du dann? Ich habe noch nie ein alleinstehendes Video zu diesem Thema gemacht, das mache ich jetzt hier und ich werde das auch auf dem Kanal als hervorgehoben platzieren, dass das jeder mitbekommt. Mein Appell an euch ist, liebe Freunde, bitte, und ich sage das jetzt eindringlich, hört mir bitte zu, ob jung oder alt, männlich oder weiblich, fett oder dünn oder was auch immer, ich werde niemals euch aus eigener Initiative anschreiben, weder auf YouTube, noch auf Instagram, noch auf Telegram, noch sonst irgendwo. Marcel, der, der wie ich jetzt hier sitze, wird euch niemals kontaktieren und vor allem nicht nach Geld fragen. Ich werde niemals irgendjemandem sagen, bitte überweis mir BTC hier und da. Ich werde niemals behaupten, dass ich Geld für euch investiere. Das darf ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht und das werde ich nicht. Dieser Appell soll an alle rausgetragen werden, damit es nicht noch schlimmer wird, weil ein Mensch, der 270.000 Euro aus diesem Grund verloren hat, also man hat das Gefühl, schlimmer geht es schon gar nicht mehr und ja, doch, also im Prinzip, wie gesagt, ich spreche es nicht aus, aber es geht rein, es geht noch eine Stufe darüber und wir wollen diese Stufe nicht erreichen. Bitte, Freunde, jeder von euch, niemals, auch, das muss nicht unbedingt ich sein, niemals irgendwohin Kryptowährungen oder Geld überweisen. Wenn euch irgendjemand anschreibt von wegen, ey, ich habe hier einen Sparplan für dich, ey, ich habe hier voll die geilen Investitionsmöglichkeiten für dich und überweis mir mal dein Geld, ich mache das schon für dich. Bitte nicht machen, niemals. Das muss ganz eindringlich in die Köpfe geprügelt werden, bitte. Ich überlege auch, dass ich ein einmaliges, kurzes Video drehe, wie so eine Art Disclaimer, okay, dass ich ab jetzt am Anfang von jedem Video einblende. Nur ich weiß nicht, wie ich das kompatibel machen soll mit den täglichen, normalen Videos. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen helfen und sagen, ja, macht das mal so und so, weil ich bin gerade irgendwie betroffen, ich bin irgendwie mitgenommen, ich bin irgendwie durch den Wind und ich verstehe es nicht, ich bin völlig Matsche in der Birne, aber irgendwie habe ich das Gefühl, du musstest den Leuten in jedem Video auf die Stirn binden, okay, dass da nicht nochmal jemand drauf reinfällt. Und auch nicht am Ende vom Video, weil laut YouTube Analytics kann ich einsinnen, die meisten Leute gucken die Videos gar nicht bis zum Ende. Das heißt, ich müsste am Anfang von jedem Video, egal worum es gerade geht, und wenn ich ein Video über Kacken mache oder wenn ich ein Video über XRP mache oder über Quant mache oder einfach News des Tages mache, dann müsste ich immer am Anfang diesen Disclaimer einblenden. Nur dann nimmst du den Leuten auch irgendwie die Lust vom Video, weil die sich denken, boah, jetzt muss ich mir erstmal hier eine Minute lang so ein Scheißgelaber anhören. Ja, aber, also, ihr merkt schon, ich bin irgendwie ratlos, okay, aber, Alter, es ist so schlimm und irgendwas müssen wir doch tun. Nur der erste Schritt, den ich tun kann und immer wieder tun werde, ist jetzt aber, dass ich einmal ein alleinstehendes Video hier mache, wo ich euch sage, ich und Jay und Robin und Dave und wie wir alle auch heißen, wir werden euch niemals aus Eigeninitiative kontaktieren, euch niemals nach Geld fragen, euch niemals versprechen, dass wir euer Geld für euch investieren und dass ihr mal zu der und der Adresse eure Assets oder eure Gelder schicken sollt, okay, dass das einmal ganz, ganz klar gesagt ist. Und jetzt, wie wir in dem jetzt gerade vorherrschenden Fall weiter agieren, ich brauche mal eben Nervennahrung, da mache ich mir jetzt mal ein Duplo auf, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ganz viele, ich hatte auf Instagram gestern schon gesagt und so, ganz viele hatten geschrieben, ja, mach ein Spendenkonto, mach ein Spendenkonto. Ich muss mich da jetzt erstmal mit Jay beraten, ich weiß nicht. Also, guck mal, sind wir mal ehrlich, Butter bei die Fische, 270.000 Euro ist ja klar, die kriegen wir sowieso nicht zusammen. Das verlangt ja auch überhaupt gar keiner. Ich weiß schon, was die Leute, die mir da geschrieben haben, was ihr damit meint, jeder Cent, den der gute Mann zurückbekommt, ist besser als gar kein Cent, ne, klar, aber das wirft vielleicht auch wieder auf mich oder auf Jay oder so ein falsches Licht, wenn wir jetzt hier ein Spendenkonto machen, dann sind wir nachher wieder in irgendeiner Rechtfertigungsposition oder so. Da erstmal jetzt gucken, ich habe Jay schon geschrieben, er hat viel zu tun, er meldet sich später bei mir. Da einmal jetzt gucken, wie wir da weiterverfahren. Ich habe ihm geschrieben, sag mal, wie hältst du das? Die Leute haben mir geschrieben, mir Spendenkonto und so, sollen wir das machen? Ich werde mich da mal mit ihm besprechen. Aktuell halte ich das, ja, nicht für sonderlich klug, obwohl, wie gesagt, also ihr merkt schon, ich bin durch den Wind, aber die Kernaussage ist, falls nicht auf sowas rein. So, ehrlich gesagt fehlen mir die Worte, um zu wissen, wie ich jetzt dieses Video vernünftig beende. Deswegen, ich lasse die Aussagen, wie ich sie getroffen habe, jetzt einfach mal so stehen. Okay, wir können uns in den Kommentaren darüber unterhalten und ihr könnt mir vielleicht ein paar Tipps geben, wie wir mehr Leute darauf aufmerksam machen, dass sie nicht mehr darauf reinfallen und so. Und ich würde jetzt dieses Video dann an der Stelle beenden. Diesmal nicht ganz so gute Laune wie sonst, aber ihr wisst, die Arbeit, die wird auch danach jetzt dann normal weitergehen, weil es halt sein muss. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Macht was draus, passt auf euch auf, fallt auf keine Scheiß-Scams rein und genau. Ja, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Reingauen. Ja, wir sehen uns im nächsten Video.